Aber natürlich hat uns spätestens das letzte Jahrhundert auch gelehrt, dass wir der Verführungskraft der Medien auch nicht zu uneingeschränkt trauen dürfen. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskanäle über Grenzen hinweg. Früher war die mediale Öffentlichkeit mehr oder weniger reine nationale Öffentlichkeit gewesen. Und heute leben wir im Global Village.